Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 2. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1204. Heute habe ich eine Latte an neuen Themen. Und zwar haben wir hier iRobot OS, Renault 8 Lite, WireGuard, Safari, Ikea, TCL, Lotto, Google TV, Google und Todoist. Ich starte gleich mit iRobot. Die haben vorgestellt, ein bisschen knapp und einfach, ihr neues Betriebssystem für Roboter-Staubsauger. Hört auf den Namen iRobot OS und soll euch das Leben erleichtern. Irgendwie habe ich euch das vor einem Weilchen, ich glaube ein Jahr, zwei, schon mal erzählt, als es darum ging. Ach, wie hiess es da noch? Auch die neue Plattform, genau, Genius Home Intelligence war es damals, welche einem das Leben erleichtern sollte. Und jetzt kommt was Neues, das euch das Leben erleichtert. Kommen wird es für die neuen, für die teuren iRobots. Meiner scheint nicht dabei zu sein. Irgendwie das J7 und die J7 Plus soll es sein. Ich hoffe mal, dass ältere Modelle das auch bekommen. Was alles mit drin ist, da hält man sich noch relativ bedeckt, auch wann das Ganze soweit sein wird. Erinnert mich irgendwie an dieses Platform Genius Home Intelligence Teil, was irgendwie auch gefühlt nie wirklich gekommen ist. Oder nee, das war auch nicht für meinen. Aber ja, mal schauen, was dann schlussendlich kommt. AVM, der deutsche Hersteller von den Fritzboxen, hat neue Laborversionen rausgebracht. Wer keine Laborversion nutzt, Klammer auf, das sind Betas, Klammer zu, kann gleich weghören und oder sich freuen auf zukünftige Updates. Nämlich die Fritzbox 7590 AX, 7590, 6570, 30, 6690, 6591 und 6660 haben ein Update bekommen mit der Integration von WireGuard. Und oder ein Update zu der WireGuard-Funktion läuft jetzt stabiler, dauerhafter. Und ja, ich bin schon sehr gespannt darauf und habe gleich mal meine Büro-Fritzbox dem Update unterworfen. Also nach diesem Podcast dann, weil Internet und so, ihr wisst ja. Genau, Safari hat es geschafft, als zweiter Browser die Milliarden-Nutzer-Grenze zu überschreiten. Das zumindest sagt Atlas VPN in der Forschung, in der Statistik, die sie erhoben haben über ihre Nutzer. Da hat nach Google, die mit 3,387,8 Milliarden, Millionen, Milliarden Nutzern, genau so rum, es geschafft, eben Apple jetzt das zweite Firma oder die zweite Browser, der die Milliarden-Nutzungsanzahl geknackt hat. Mein Gott, schwierige Wörter, so früh am Morgen. Was heisst das? Ja, bei Apple sind unter anderem MacOS-Nutzer, iPhone- und iPad-Nutzer alle zusammengerechnet worden und da in der Statistik mit reingenommen. Somit hat es geklappt für die eine Milliarde. Nicht schlecht. Weiter geht es mit dem IKEA Symphonisk. Da soll es anscheinend im Frühjahr, äh im Frühjahr, im Frühjahr, im Frühsommer neue Geräte geben. Noch im Juni soll ein neuer Ständer, eine neue Halterung für die Symphonisk-Regal-Lautsprecher rauskommen, die mich sehr interessieren, denn da soll ein Wireless-Charging-Ding mit drin sein, wo man noch zusätzlich Ablagefläche hat. Das schaut schon mal spannend aus. Viel spannender dazu kommt aber noch die neue Fernbedienung, die auch schon ein Weilchen mal angekündigt wurde. Die Stürrbar, die dürfte jetzt kommen, ist eine Fünf-Wege-Taste für Medienwiedergabe und Licht und so weiter zum Steuern. Auch soll das IKEA Frequence, die Limited Edition mit der Zusammenarbeit des finnischen, schwedischen, ich weiss nicht mehr was, wieder auf den Markt kommen, war damals limitiert, ist auch jetzt wieder limitiert. Jetzt muss ich doch noch ein Video machen mit meinen Mädels, mit den Teilen, weil die lieben die Dinger, die finden sie gut. Weiter geht's mit TCL, dem Hersteller von Fernseher aus dem Osten, ja, also Osten, ganz weiten Osten aus China. Die haben neue Fernsehmodelle vorgestellt und zwar nicht einfach nur so, ja, nehme ich mal mit, weil irgendwo noch im Zimmer was Platz hat, nee, grosse, richtig grosse Fernseher. Das kleinste Modell ab 75, die mittleren Modelle 85 und das grösste Modell 98 Zoll, also zweieinhalb Meter Bildschirmdiagonale, kommt da mit in den Verkauf, respektive hat im Verkauf gestartet, beginnt irgendwo bei wenigen Währungseinheiten, etwas um die 1099 und geht hoch bis zu 3049. Das 98 Zoll Fernsehermodell ist sogar bei 7.699 und für UVP-Währungseinheiten angesetzt. Im Preisverhältnis zu anderen, solchen grossen Lösungen, ein nicht schnapper, aber ein schöner Preis. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Geräte. Aktuell haben wir ein, ich glaube, ist es ein 65 Zoll Modell von Ihnen im Test und das Teil ist halt schon sehr, sehr schick, macht sehr viel Spass, da zwischendurch mal was zu schauen, wenn man dann dazu kommt, aber meine Mädels mehr als ich. Weiter geht es mit der Swiss Lotto App, die gibt es jetzt endlich auch. Irgendwie ist die Swiss los, in Anführungsschlusszeichen, endlich auch im App-Zeitalter angekommen und hat nur eine App rausgebracht. Was kann man damit machen? Die Gewinnzahlen einschauen und sich informieren lassen, wenn die nächsten Ziehungen sind und natürlich auch, wenn man gewonnen hat und ja, halt Lotto spielen. Das mit und ohne Account, ohne Account einfach in der App tippen und dann im Kiosk hinstrecken, QR-Code scannen lassen und bezahlen mit Login dann halt direkt online über die App. Ich sollte endlich mal mit diesem Lotto spielen beginnen. Mal schauen, wenn ich dazu komme. Google TV, die App, gibt es nun endlich auch für Android. Erst gerade habe ich euch erzählen können, dass die Google Chromecast mit Google TV auch endlich in der Schweiz zu kaufen ist, die mit der Fernbedienung. Nun kommt die iOS App hinten nach. Was kann die? Ja, das alles, was eigentlich die alte App, die Google Filme und Serien, Google Play Filme und Serien hieß die, genau, konnte. Und noch die Steuerung vom Google Chromecast übers iPhone Plus, die Möglichkeit zum Erstellen von Watchlisten. Sehr, sehr praktisch, wenn man dann eben diesen Chrome-Stick nutzt. Und dann macht Google wieder mal was ganz Komisches. Zum einen haben sie zwei Apps. Ja, sie stellen wieder mal was ein. Und genau, aber der Reihe nach. Google Meet, möchtet ihr euch erinnern? Und Google Duo, möchtet ihr euch daran erinnern? Zweites wird mit den Funktionen vom Ersten ergänzt. Dann stellt man erstes ein, dann wartet man ein Weilchen und dann benennt man die App wieder um. Und zwar in Namen, das gleich, soviel zum Spoiler. Also folgendermassen, die Funktion, die Google Meet kann, kann, konnte, bald schon, die fliessen in Google Duo ein. Wenn die denn da drin sind und ein bisschen abgehängt sind, so gegen Ende des Jahres, stellt man in der Zwischenzeit Google Meet ein. Und genau, Ende des Jahres benennt man dann die Google Duo App, die die Funktion der Google Meet App integriert hat. und die alten Funktionen auch kann, logischerweise. Dann benennt man die um. Und ihr dürft dreimal raten, wie die neue App dann heisst. Ja, die heisst dann Google Meet. Ach man, Google, ihr habt es einfach drauf. Ihr seid, ja, genau. Weiter gehen wir mit Todoist. Die erhöhen nämlich die Preise. Als fleissiger To-Doist-Nutzer und bezahlender Kunde, der sich da ein Abo gegönnt hat, ein jährliches Abo, weil ich die Funktion gut finde und die App auch sehr, sehr intensiv nutze, ist es die zweite Erhöhung seit dem Bestehen der App. Also sehr verkraftbar. Es geht jeweils um 25 bis, ich glaube, 34 Prozent ist das Grösste, was nach oben geht. Mein Abo zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich das Business, habe ich nicht das Business, ich weiss es nicht mehr genau. Ne, ich habe das normale, glaube ich, das Todoist Pro, das geht von 36 Währungseinheiten auf 48 Währungseinheiten hoch. Ist natürlich ein Batzen Geld, aber ist mir die Software wert, denn ich finde Todoist eine sehr, sehr coole App. Sie wird weder durch Venture Capital unterstützt, noch hat sie irgendwelche externen Investoren. Die lebt also wirklich von den Leuten, die die App intensiv und fleissig nutzen und somit sollte man sowas auch unterstützen, finde ich doch. Ja, und dann haben wir noch was. Gleich mal nachschauen. Irgendwie habe ich was übersprungen. Genau, Renault, also 8, genauer gesagt, OPPO hat das Renault 8 Lite vorgestellt, wurden sie vor ein paar Wochen in China. Da gibt es noch das Renault 8, das Renault 8 Pro und das Renault 8 Pro Plus und eben das Lite. Die grossen Modelle vom mittleren Achter bis mit dem Pro und Pro Plus, die kommen nicht oder zumindest aktuell nicht in die Schweiz. Was in die Schweiz kommt und ich glaube auch nach Deutschland und Österreich ist die Lite-Version, also ein Einstiegssmartphone für wenig Geld mit einigen Funktionen, aber auch mit einigen Abstrichen. Da muss man schauen, ob das für sich passt, wenn man ColorOS mag. Ist das ein günstiges Einstiegmodell? Vor allem hat man das neueste Betriebssystem, das neueste Android unten darunter und schöne Farben, schöne Funktionen, eine gute Kamera. Wahrscheinlich zumindest die Hauptkamera, wie sich das mit den anderen verhält, muss man mal ein bisschen genauer anschauen. Ansonsten eben ein günstiges Smartphone für günstig Geld. So, jetzt habe ich glaube ich alle Themen durch. Euch wünsche ich noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wenn ihr mögt, hört doch in der nächsten Episode wieder ein. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.